Schönen guten Tag, meine Lieben. Heute zeige ich euch, wie es in dem Community-Projekt um Entschrouded vorangeht. Es ist der Tag 4 angebrochen, das ist der aktuelle Stand und ich werde euch so ein bisschen durch die Stadt führen, um mal euch zu zeigen, wie schnell hier doch alles am Wachsen ist. Ja, hier oben ist meine Bude, mittlerweile ist die Terrasse komplett fertig, auch eingerichtet, ihr könnt Gäste Platz nehmen, auch im Gebäude hat sich schon einiges getan. Wenn wir mal hier rumgucken, eine kleine Küche gibt es mittlerweile, um die Leute draußen zu bewirten. Das Schlafzimmer gibt es mittlerweile auch, ist noch nicht ganz fertig, hier fehlen noch einige Deko-Materialien, aber trotzdem ganz gemütlich und klein eingerichtet. So ist bisher bei mir der Fortschritt, dann habe ich ja auch noch hier diese Treppe gebaut, die Treppe, die hier hochführt, auch schön mit Blümchen und allem Möglichen verziert, damit es nicht so kahl wirkt und auch so ein bisschen in die Natur eingelassen wird. Ja, das ist so der Stand um meine Bude, aber was viel interessanter ist, sind doch die ganzen Gebäude von der Community, denn hier hat sich einiges getan, meine Lieben. Es sind sogar die ersten Gebäude schon fertig. So, wir stiefeln mal hier von hinten in die Stadt rein. Hier haben wir die Kirche, die ist auch ordentlich vorangekommen. Das Dach hat wohl sehr, sehr viel Arbeit schon in Anspruch genommen, sehr kompliziert, aber das schaffen die auf jeden Fall. Rechts das Jägerhaus ist mittlerweile auch fertig, auch ein sehr, sehr schönes Gebäude. Wir werden in einigen Folgen, gerade am Ende, jedes Haus im Einzelnen auch noch mal betreten und uns angucken. Aber wie gesagt, also jedes Haus in jeder Folge durchzuschauen, das würde natürlich zu lange dauern. Deswegen schauen wir uns so ein bisschen um. Hier der Innenraum, eine gute Idee, finde ich, gerade der Schreiner, das ist das Schreinerhaus. Hier werden die ganzen Materialien angeboten, hier haben wir die ganzen Preise mit dran. Kann man dann so am Schild gucken, ah, okay, 200 Dollar für das oder das Stück. Und das ist auch eben eine ganz schöne Idee, natürlich mit schönem Blick auf den Marktplatz. Meine Lieben, wenn ihr das Ganze auch live verfolgen wollt, dann guckt doch gerne bei Twitch vorbei. Bei Twitch, da wird das Ganze auch live gestreamt und da könnt ihr auf jeden Fall auch mal Fragen stellen oder wenn ich euch was speziell zeigen soll, kann ich das dort live machen. So, das ist jetzt hier ein interessantes Gebäude. Und zwar haben wir hier das Gebäude vom Alchemisten, ja, mit so einem Türmchen. Das ist auch schon fertig. Und deswegen, da nehmen wir uns mal kurz ein bisschen Zeit und gucken uns das mal ein bisschen an. Und zwar, wenn wir hier so durchspazieren und auch mal hier die Treppe hochgehen, dann sieht man hier drin schon diverse Artikel, die platziert wurden. Es hat so einen richtigen, ja, Alchemisten-Zauberer-Flair. Und hier dann mit vielen Büchern und Regalen kreuz und quer, wie es bei so einem verrückten Wissenschaftler oder Alchemisten halt zu sich geht. So fühlt sich das so ein bisschen an. Wirklich sehr schön. Und hier oben hat man sogar die Möglichkeit, über so einen Steg zu einer kleinen Dachterrasse zu kommen, wo hier vielleicht ein paar Blümchen und Kräuter angepflanzt werden, die er braucht für seine Tränke. Wirklich sehr schön. Ja, was ihr aber wahrscheinlich nicht bemerkt habt, was ich auch nicht bemerkt habe, da musste ich darauf hingewiesen werden, ist, dass hier hinter so ein Geheimgang noch ist. Und wenn wir hier rein spazieren, dann kommen wir so in die düsteren Ecken der Produktion der Alchemie. Und hier, wenn man hier durch diese Tür noch flitzt, dann wird es richtig übel. Hier unten werden irgendwelche Gifte gebraut. Durch die Rohre, durch die Tanks wird hier alles produziert. Absoluter Wahnsinn. Also, coole Idee, so etwas dann auch noch mal unterirdisch irgendwie zu verstecken, auch mit reinzubringen. Sehr, sehr kreativ. Also die Community, die baut hier wirklich wunderschöne Gebäude. Und das ist ja auch das Ziel hinter dem Ganzen, dass hier einfach eine schöne Stadt entsteht mit vielen, vielen tollen Einzelheiten. Hier haben wir das Haus des Sammlers. Das ist so ein bisschen der Bestatter der Stadt. Der hat im Garten tatsächlich auch noch einen Friedhof. Hier draußen der Marktplatz auch sagenhaft. Also Detailliebe ist hier auf jeden Fall nicht zu kurz gekommen. Hier, wir können uns mal eben den Friedhof angucken. Den haben wir hier hinten. Passt ja auch irgendwie zum Sammler. Ist ja auch so ein Knochenjockel, der hier dann alle bestattet. Ist wirklich super. Ist wirklich super. Hier passiert auch jetzt mittlerweile einiges. Schaut mal. Hier haben wir das Rathaus und die Taverne, die hier gebaut werden. Natürlich noch mitten im Bau. Hier findet viel statt. Aber sehr interessante und innovative Bögen, die hier das Dach halten. Also bin ich auch mal gespannt, wie das am Ende aussieht. Sehr, sehr cool, wie ich finde. Ja, da werden wir einiges sehen und mit Sicherheit auch einiges lernen können. Hier ist eins der ersten fertigen Häuser auch. Ganz einfacher Ritterstil. Gefällt mir wirklich gut. Es muss nicht immer groß und pompös sein. Manchmal ist schön und einfach auch einfach die richtige Wahl. Ja, deswegen gefällt mir auch einfach gut. Kann ich nicht meckern. Ich meckere sowieso nicht, aber kann ich nicht meckern. Oh, hier ist auch noch was passiert. Hier wurde auch kräftig weitergebaut. Mal kurz mal reingucken. Vielleicht wurde auch schon eingerichtet. Ich weiß es nicht. Noch nicht, aber ein bisschen. Ein bisschen wurde schon eingerichtet, aber noch nicht komplett. Aber sehr schöner Schnitt vom Haus auch irgendwie. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, geil. Wir gehen mal kurz nach draußen. Denn hier haben wir ein interessantes Haus. So ein bisschen, ja, so ein bisschen Hexenhütten-Style, ne? So ein bisschen verwildert, bewachsen das Haus. Auch irgendwie schön, ne? Wir gehen mal rein und betreten das Ganze mal. Schön, ne? Viele Details verarbeitet. Hier hinten, ein Durchgang. Auch noch klasse. Ja, meine Lieben. Und so wächst und gedeiht die Stadt. Und es geht immer weiter voran. Es sind mittlerweile drei Leute fertig mit ihren Gebäuden. Und ich habe die nächsten drei, neun Leute nachrutschen lassen, damit auch natürlich jetzt die anderen auch die Möglichkeit bekommen, nach und nach mitzubauen. Die Liste der Anmeldungen ist lang. Mittlerweile schon über 80 Anmeldungen. Also wirklich fantastisch, wie hoch da die, das Interesse ist, hier mitzubauen. Und somit bekommen wir das Ganze hier auch schön zugebaut, ne? Wir werden das ganze Tal zubauen und hier eine wunderschöne Stadt bauen. Ihr seht hier, guck mal, das sind schon Markierungen von Häusern, die noch gebaut werden, hier überall. Das werden alles noch Häuser sagenhaft, ne? Die Bäuerin, da ist auch was dazu gekommen. Das kennt ihr auch noch nicht. Schaut mal hier. Wenn wir uns hier umgucken. Das sind auch nur Markierungen, keine Sorge. So, wenn wir uns hier mal umgucken. Da haben wir hier schon ein Gebäude. Ich glaube, das ist auch schon fertig, wo die Blumen verkauft werden. Hier sogar schon Kunden, die sich hier umschauen, was kaufen möchten. Der greift gerade nach einem Buch. Schön, oder? Und so meine ich das. Das sind so Gebäude, die sind mit so viel Liebe und Wohlwollen zum Detail gebaut. Und das ist gerade das Kernding von diesem Projekt. Und gerade das, ich glaube auch, was das Ganze hier so ein bisschen besonders macht, jeder Spieler soll ja ein Haus bauen. Und dadurch, dass jeder nur ein Haus baut, kann man sich bei diesem einen Haus einfach besonders viel Mühe geben. Und durch dieses besonders viel Mühe geben wird jedes Haus absolut sehenswert. Und das finde ich wahnsinnig toll. Also, wie man sich hier umschauen kann, guck mal, wir können uns noch einmal das Haus der Baden angucken. Das ist auch super. Keine Sorge, auch hier die Leuchtblöcke, die kommen weg. Das sind noch Stadtmarkierungen, also Platzierungsmarkierungen. Guck mal, wie schön verwinkelt dieses Haus ist. So ein richtiger Künstler-Musiker-Flair. Wir spazieren mal hier hoch. Fantastisch, ne? Und hier oben so ein Strohdach. Ich bin begeistert. Hier draußen hat ein Storch sein Nest gebaut. Ja, einfach super. Und es ist jetzt gerade mal der Anfang von Tag 4. Der Anfang. Und nach so kurz, also nach quasi drei Bautagen ist das alles, was wir hier jetzt hier sehen, entstanden. Und das ist doch voll sagenhaft. Also, ich will gar nicht wissen, guck mal, wenn das hier innerhalb von drei Tagen entstanden ist, dann denk mal drei Tage weiter, wie viele Häuser dann noch hier rumstehen. und dann denk nochmal drei Tage weiter, wie es dann aussieht. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Was hier passiert und geschieht, ist fantastisch. Und nach und nach, ich kann natürlich nicht in jedem Durchlauf jedes Haus mir angucken, da wird das Video ja immer länger. Ich werde immer mir mal Häuser rauspicken, die ich dann hier präsentiere und im Stream natürlich alles von vorne bis hinten. Deswegen guckt auch gerne rein. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst mir gerne ein Abo da. Liebe Grüße und bis dann.